Der Buddhismus ist eine der größten Religionen der Menschheit. In der über 2000 Jahre alten Lehre des Buddha und seiner Schüler geht es im Wesentlichen um die Entwicklung zweier Eigenschaften, Weisheit und Mitgefühl. Die Weisheit des Buddhismus gründet sich auf das Streben, sich im Leben von allen Täuschungen freizumachen, die ihren Ursprung in Begierde, Hass und Unwissenheit haben. Stattdessen soll der Mensch die wahre Natur der Dinge erkennen lernen. Der Buddhismus beschreibt eine Welt, die sich ständig verändert und in der alles miteinander verbunden ist und in Beziehung steht. Er verwirft die Vorstellung eines festen, unveränderlichen Selbst, das isoliert vom Rest der Welt auf der Jagd nach Befriedigung der eigenen Bedürfnisse ist. Diese Vorstellung sei die Quelle von Täuschung und Leiden. Gibt man die Illusion eines von der Umwelt getrennten Selbst auf, so führt das stattdessen zu einer Sicht der Wirklichkeit, in der man sich mit allen lebenden Wesen verbunden fühlt, weil man sich als Teil eines größeren Ganzen versteht. Das führt zu einem Selbstverständnis, das sich auf Beziehungen gründet. Buddhistische Spiritualität führt zu einem natürlichen Mitgefühl mit allem, was leidet, und zur Mitfreude am Glück der anderen. Die Suche nach der Wirklichkeit bleibt dabei jedoch immer die Sache des Einzelnen. Jeder wird ermutigt, dem Pfad so zu folgen, wie es ihm persönlich entspricht. Die Lehren des Buddhismus besitzen letztendlich in vielen Teilen universelle Gültigkeit. Sie können somit für jeden Menschen, unabhängig von seiner Konfession, zur Quelle von tiefen spirituellen Einsichten werden, aus denen man Kraft für den Alltag gewinnen kann. Einige Menschen betrachten den Buddhismus im strengen Sinn nicht als Religion, weil es aus buddhistischer Sicht keinen Schöpfergott gibt. Ein westlicher Geistlicher sagte mir, Buddhismus ist keine Religion, sondern eine Wissenschaft des Geistes. Von diesem Standpunkt aus gehört der Buddhismus nicht zur Religion. Ich finde das bedauerlich, aber in jedem Fall weist es darauf hin, dass der Buddhismus näher an die Wissenschaft gerückt ist. Aus rein wissenschaftlichem Blickwinkel wird der Buddhismus als eine Spielart des spirituellen Weges betrachtet. Auch dies ist bedauerlich, dass wir nicht zur Kategorie der Wissenschaft gehören. So gehört der Buddhismus weder zur Religion noch zur reinen Wissenschaft. Aber gerade diese Situation gibt uns die Gelegenheit, eine Brücke zwischen Glauben und Wissenschaft zu schlagen. Folgende Frage wird immer wieder gestellt. Ist der Buddhismus Religion oder Philosophie? Doch als was man ihn bezeichnet, das ist unwesentlich. Der Buddhismus wird kein anderer, wenn wir ihm ein anderes Etikett aufkleben. Das Etikett hat keine Substanz. Genauso wenig braucht die Wahrheit ein Etikett. Die Wahrheit ist weder buddhistisch noch christlich noch hinduistisch oder moslemisch. Sie ist nicht irgendjemandes Alleinbesitz. Diese Art des sektiererischen Denkens stellt ein ernstes Hindernis für ein unvoreingenommenes Verstehen der Wahrheit dar und führt lediglich dazu, dass schädliche Vorurteile im menschlichen Geist entstehen. Buddhismus ist Erziehung, nicht Religion. Wir verehren den Buddha nicht als göttliches Wesen. Wir achten ihn als unseren Lehrer. Seine Lehren ermöglichen es uns, das Leiden hinter uns zu lassen und Glück zu erlangen. Was bedeutet Buddha? Buddha heißt Erleuchtung, Verstehen. Vollständiges Verstehen bedeutet, dass ein Mensch die Wahrheit über das Leben und das Universum erkennt, wenn er sich jenseits aller Verblendungen befindet. Was es in dieser Welt an Glück gibt, kommt davon, dass man das Glück der anderen wünscht. Was es in dieser Welt an Leid gibt, kommt davon, dass ich nur an mein eigenes Glück denke. Was gäbe es darüber hinaus noch zu sagen? Die Unverständigen denken nur an ihr eigenes Wohl. Die Buddhas widmen ihre Kraft dem Glück der anderen. Betrachte einmal den Unterschied zwischen beiden. Das sind seine seconde, der zur Erziehung des Böge eines Vertrennungsgefährten. Das ist ja, was er sicherlich. Das ist ja, was er keine Ahnung. Das ist ja, was er hier zu tun. Das war ein, was er ist. was er zuーム und zwar an der Stelle ge quests, Das ist länge der Oberstunde. Das ist ja, was er nicht zu sein. Untertitelung des ZDF, 2020